und weiter geht's mit den sonntagsvideos hallo zusammen letztes meistern sechs fotos entstanden im video und zu einem habe ich euch wieder extra nach kritik und kommentaren gefragt da kam auch wieder einiges zusammen danke dafür wie immer falls ihr das video nicht gesehen habt wo die fotos entstanden sind ich verlinke es einfach mal hier oben und würde sagen dann fangen wir direkt an das mag jetzt vielleicht etwas überraschend kommen aber bei den ersten beiden fotos die an dem tag entstanden sind habe ich irgendwie nicht allzu viel was mir nicht gefällt beim ersten hier gefällt mir vor allem dieser einfache bildaufbau das ist muss ich lange nachdenken es ist eindeutig zu erkennen was man drauf sieht zumindest wenn man erkennt dass das tote fichten sind und was mir an den toten fichten gut gefällt ist einfach dass ich so ein bisschen ähnlichkeit mit birkenham durch diese hell dunkel verteilung und wer meinen kanal verfolgt der weiß dass ich inzwischen seit ich von marburg nach bonn gezogen bin war eigentlich auch schon vorher aber jetzt ist es mehr so ein färbel für birkenhab und das hat mich hier einfach daran erinnert und deswegen musste ich das fotografieren aber nicht nur deswegen sondern auch weil die farbstimmung einfach cool ist dieses bläuliche vor sonnenaufgang auch wenn es nicht mehr wirklich vor sonnenaufgang war sondern kurz danach beziehungsweise währenddessen aber jedenfalls die lichtstimmung ist noch so schön kühl und mit dem nebel hat es auch eine gewisse tiefe zusätzlich gefällt mir hier auch dass dieser querstreifen hinten weil da eben der hang vom berg war hügel war vom bildaufbau her gut passt er ist zwar rechts so ziemlich in der bildmitte wo er aufhört aber insgesamt ist die verteilung das wirkt vom von der raumaufteilung her gut weil es so irgendwie vermutlich doch irgendwie richtung ein drittel zwei drittel geht also nicht perfekt aber schon in die richtung also es teilt zumindest das bild nicht in zwei teile auf sondern man hat irgendwie hintergrund trotzdem so eine harmonische aufteilung in ein drittel zwei drittel ungefähr also insgesamt gefällt mir das foto ganz gut beim zweiten foto hier gilt ja an sich genau das gleiche wie beim ersten es ist ja auch gleiche motiv bloß im hochformat und diese bäume man könnte sie ja auch bichten oder viergen nennen also halb bierke halb fichte zumindest was das aussehen betrifft die qualmen mir einfach gut habe ich ja gerade schon gesagt was mir hier allerdings noch besser gefällt ist dass einfach mehr davon drauf ist es ist im endeffekt halt doch ein tief für hochformat und im direkten vergleich ja eindeutig ich finde es sowieso immer gut wenn man so ein motiv hat wenn man dann so viel wie möglich davon drauf nimmt ohne dass andere störende dinge reingucken also ich hätte jetzt nicht mehr von dem wald drauf nehmen können oben kam dann schnell das ende von den bäumen links war dann irgendwie ein baum wo leider drauf geschrieben war dass hier kein weg ist die sind gerade irgendwie so ein bisschen in aktionismus verfallen was wegsperren betrifft habe ich das gefühl nicht bloß im sieben gebirge auch in der wanner heide und rechts davon kam dann auch gleich irgendwie glaube ich eine lücke im wald also das war quasi das maximum was ich rausholen konnte an bäumen die alles nicht gleich wachsen an der stelle und dadurch dass mehr drauf ist hier also in der höhe finde ich es auch fast angenehmer anzugucken hier in dem fall ist jedenfalls mein lieblings foto von dem ausflug was man vermutlich auch daran erkennt dass es schon auf meiner internetseite in der galerie ist kennt ihr die übrigens alle meine internetseite ich verlinke sie unten wie immer in der beschreibung beim dritten foto hier sieht die sache schon ein bisschen anders aus auch wenn das motiv jedoch recht ähnlich ist außer dass es hangabwärts und nicht hangaufwärts fotografiert ist was mir hier an sich gut gefällt ist dieses frisch abgeplatzte rinden stück bei der fichte ganz vorne es wirkt durch das grünliche noch so ein bisschen lebendig alles auch wenn es dadurch nicht mehr aussieht wie eine birke aber gut ist ja auch keine dafür dass allerdings eigentlich so ein eyecatcher ist es mir fast zu arg ins zentrum gerückt vom foto ich weiß nicht ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher ob das wirklich viel anders gegangen wäre also ich hätte hochformat machen können dann hätte ich allerdings den ginst der busch irgendwie links sehr dominant im foto gehabt was mir bei dem foto allerdings gut gefällt also abseits der dichten nebelstimmung dieser diese lücke rechts im bild wo man hinten dann noch so schön in der entfernung diese nebel verhangenen fichten sieht das gefällt mir gut also irgendwie geht mein blick da oft hin vielleicht wäre das eine möglichkeit gewesen da einfach auch eine hochformat version zu machen oder quadratisch irgendwie was den vordergrund betrifft bin ich mir etwas unschlüssig irgendwie ist es mir zu zu viel eigentlich fast dadurch dass es halt alles so kontrastarmer noch dunkel ist fällt es nicht wirklich störend auf aber insgesamt ist es halt ein bisschen arg viel gestrub eigentlich aber ja da würde ich wie gesagt dass es alles kontrastarm und eine farbe ist es ist nicht wirklich störend links hat leider direkt so eine umgekippte umgesägte fichte gelegen das heißt ich hätte auch nicht viel spielraum gehabt irgendwie was zu ändern insgesamt gefällt es mir auch aber es ist jetzt nicht ein bild das ich irgendwie ausdrucken wird ziemlich sicher nicht man merkt es auch schon an den farben das foto hier ist dann schon eine ganze weile später entstanden das wäre jetzt nicht so wirklich möglich gewesen da so eine bläuliche stimmung noch draus zu machen ohne dass es irgendwie unrealistisch aussieht ja der wald hat es mir eigentlich hier einfach angetan zumindest als ich dort gestanden bin ich bin mir allerdings nicht so ganz sicher ob es mir gelungen ist diese stimmung schon drüber zu bringen was mir auf jeden fall gut gefällt hier sind auch die farben ich finde dann man sieht es ja das ist ein eher steiler hang und was der für farben unten hat es hat einfach was das geht alles in eine spätherbstählige stimmung so mit ein bisschen grünen flecken drin das gefällt mir gut diese mischung hat was die baumstämme sind ja an sich auch ganz nett die wirken nicht so ja wie irgendwelche geraden stangen die im boden stecken sondern haben so ein bisschen charakter zumindest aber insgesamt ist es irgendwie für meinen geschmack ein bisschen zu locker bestanden locker bestanden insgesamt stehen die wollen einfach ein bisschen zu locker im bild und es ist nicht irgendwie ein baum dabei wo man dann denkt hey das ist doch jetzt der blickfang und das ist jetzt das motiv sondern es ist ich weiß nicht irgendwie fehlt ein ein teil ein baumstamm ein was weiß ich was irgendwas wo man weiß da will man hingucken man sucht irgendwie ein bisschen und findet nichts ist mein eindruck wenn der mittlere baum der da die ganzen kleinen feinen äste raus streckt noch ein paar laubblätter dran gehabt hätte so im richtigen spätherbst schon nicht im winter ich glaube dann hätte es irgendwie besser funktioniert für mich also das quält mir farblich und von der nebelstimmung her sehr gut aber es fehlt einfach das eine motiv drauf das einem sagt hey hier bin ich wie seht ihr das bei der nummer fünf hier ich muss zugeben ich glaube nein ich glaube nicht ich bin mir sicher dass das das foto von dem ausflug ist also zumindest was die fotos betrifft die ich im video gezeigt habe das mir eindeutig am wenigsten gefällt und ehrlich gesagt ich frage mich sowieso so ein bisschen was ich mir dabei gedacht habe diesen dominanten baum da im vordergrund genau in die mitte zu setzen ich meine der ist schon schön und überhaupt also schön er ist markant zumindest mit diesem riesigen loch das er drin hat und die ziemlich frei gelegten wurzel äste wie auch immer das genau nennt sind ja auch sehr schön mit dem moos aber warum habe ich ihn genau in die mitte gesetzt ich weiß nicht vielleicht habe ich mir vor ort gedacht dass dieses kleine abgebrochene holzstück des rechts dahinter liegt so ein bisschen ein gegengewicht bilden kann und dadurch in verbindung mit dem übrigens aus einem anderen video bekannten flechten baum links im hintergrund sondern irgendwie dann doch einen harmonischen bildaufbau ergibt aber das ist überhaupt nicht der fall und dadurch dass der baum auch irgendwie durch dieses loch dass er da links hat auch so aussieht dass wir da irgendwie nach links schauen fällt es glaube ich noch viel mehr auf dass die rechte bildhälfte einfach nicht wirklich inhalt hat ja also ich weiß nicht es ist vom motiv ja eigentlich schon ganz cool aber die umsetzung hat hier irgendwie nicht geklappt ich glaube das muss ich irgendwann wieder versuchen von dem baum fehlt mir sowieso noch ein gescheites foto solange er noch steht wobei eigentlich sieht er noch recht fit aus abseits des lochs ist auch immer wieder faszinierend naja jedenfalls keine sternstunde dieses foto und damit sind wir dann auch schon oder so ich weiß nicht ich glaube das weiß nicht ganz so wenig was ich bisher geredet habe jedenfalls sind wir jetzt beim diskussions foto angekommen vielen dank für eure beiträge die ihr dazu geschrieben habt hat mich gefreut wie immer ich lese einfach wieder vor und sagt dann was mir zu euren kommentaren einfällt den anfang macht das bild gefällt mir an sich ganz gut der blick durch die baumstämme erzeugt eine gewisse spannung beim betrachten allerdings ist mir der anteil an unscharfen baumstämme auch etwas zu raumeinnehmend im gesamten bild eventuell hätte man durch ein hochformat eine etwas andere wirkung fragezeichen ja an der dort zu passt nämlich auch direkt mit rein das bild das du bearbeitet hast hat mir zu viel vordergrund also das schlägt ja in die gleiche kerbe kann ich beides nachvollziehen also das ist schon eher viel vordergrund allerdings ich glaube wenn es viel weniger vordergrund wäre wird irgendwie dieser eindruck dass man so durch eine lücke zwischen zwei bäumen schaut nicht mehr da sein und ich könnte mir vorstellen dass das dann von der bildwirkung her auf jedenfalls nicht anders wäre es wäre vermutlich doch ein versuch wert wenn es gehen wird an der stelle aber dadurch dass die beiden bäume im vordergrund so schief wachsen ja es ist man hätten quadrat draus machen können jetzt so wie ich es hier fotografiert habe aber man hat gar nicht so viele möglichkeiten gehabt an der stelle oder hat nicht an der stelle das passt auch dann zu dem dass ein hochformat eine andere wirkung hat und ehrlich gesagt ich wollte an sich auch eine hochformat version machen ich habe sogar am anfang eine hochformat version gemacht aber leider geht es an der stelle nicht schalt mit den bäumen weil die einfach zu schief wachsen insgesamt wenn die krater gewachsen wären vorne die beiden bäume dann wäre das glaube ich die optimale version gewesen in dem fall hätte es aber oder hat es aber leider dann irgendwie ein bisschen lückenhaft ausgesehen naja nächster kommentar das in meinen augenbeste hast du zur diskussion gebracht ich würde hier aber nichts kritisieren tolles motiv tolle perspektive tolle bearbeitung jetzt dazu kann ich jetzt gar nichts sagen außer vielen dank nächster kommentar das bild hat in der bearbeitung viel gewonnen das maß der abdunklung passt die bildidee ist super nun zum jammern auf hohem niveau das bist du ja exakt fotografisch mir ist der flächenanteil des vordergrunds etwas zu dominant motiv mich stört das zu frische grün der stechpalme es bricht etwas die sonstige neblige winterstimmung ja flächenanteil haben wir ja gerade eigentlich schon gehabt das ja ich weiß nicht irgendwie gehört für mich dazu aber irgendwie verstehe ich auch wenn es zu vieles ist einfach ein versuch doch ich werde es auch anders zu machen und dann zu entscheiden was einem jetzt besser gefällt was das motiv betrifft das frische grün der stechpalme das stört ich würde sogar noch einen schritt weiter gehen und sagen die stechpalme an sich stört an der stelle beziehungsweise vielleicht nicht die stechpalme aber wenn dann stechpalme da sein muss ja ich wäre auch für weniger grün sondern dann hinten dran die die kleine buche die noch viel laub hat das ist so ein kleines kuddelmuddel das irgendwie ein bisschen ablenkend ist an der stelle weiß nicht also ich verstehe das mit dem grün eindeutig ja das sieht so zu frisch aus einfach wobei ich es faszinierend finde wie viele stechpalmen sie hat aber dieser mischmaschhaufen da ist schon ein bisschen komisch ja ok nächster und letzter kommentar mir gefällt die tiefenstaffelung durch die unscharfen bäume im vordergrund und auch die natürlichen farben finde ich sehr angenehm einzig hätten die äste in der mitte rechts und der unscharfe oben links noch etwas nebel vertragen können die wirken auf mich etwas störend ja rechts der mitte ja ja oben links ja das ist halt immer so ein bisschen der nachteil wenn man so ein recht chaotischen wald hat aber ich stimme dazu wenn ich die wahl gehabt hätte also ja oder wenn ich das nächste mal so ein motiv sucht es wäre praktisch wenn hinten dran ist so ein kleiner verstruppelter baum wachsen wird der überall mit seinen ästen hingeht es wirkt schon ein bisschen bisschen chaotisch dadurch und ja wenn wir dabei sind was mir nicht gefällt an dem foto ist abseits von dem jetzt vorne mit ein bisschen chaos haufen durch die stechpalme und die buche und den ersten den gerade erwähnten im hintergrund ich weiß dass es jetzt eine schöne nebelstimmung an sich ist aber ich habe vor einer weile mal ein foto gemacht das zumindest vom inhalt her ähnlich ist wo ein bisschen mehr tiefenstaffelung durch licht da war und auch wenn ich in der bearbeitung so gemacht habe dass ich vorne irgendwie das abgedunkelt habe damit zumindest der helligkeitskontrast zwischen unscharfen bäumen und den beiden bäumen hinten dran größer ist und man dann nicht direkt noch überlegen muss wo man eigentlich hingucken soll was jetzt das motiv ist es fehlt einfach so ein bisschen dass das natürliche licht das dafür sorgt dass irgendwie ein bisschen kontrast im bild ist es im endeffekt einfach ein bisschen zu flau für meinen geschmack also das motiv gefällt mir gut aber ich glaube es geht auch dort an der stelle besser hoffe ich zumindest und das sind wir schon wieder am ende angekommen vielen dank für eure beiträge also es freut mich wirklich wie viel interaktion da inzwischen ist es macht irgendwie spaß auch wenn jetzt nicht direkt zum diskussionsbild was schreibt es freut mich immer wieder aufs neue dass so viele kommentare inzwischen bei mir sind ich hätte es am anfang echt nicht gedacht ja vielen dank und das war's für heute ich würde sagen bis jetzt dann hoffentlich am nächsten mittwoch wieder ich warte immer noch auf den schnee aber so wie es aussieht ist da auch in der nächsten zeit nichts zu machen hier aber irgendwas geht immer also dann hoffentlich bis mittwoch und tschüss